Ihr wolltet den geilen scheiß, ihr kriegt den geilen scheiß. Willkommen zum nächsten From Zero to Hero Video und wir bauen jetzt einen Raspberry Pi Cluster auf Basis von Docker Swarm. Natürlich wieder in dem normalen gewohnten Format von From Zero to Hero, also from the scratch auf. Das Ding ist, lediglich grundinstalliert mit Raspberry Pi oder mit dem Raspberry Pi OS, sonst nichts. Ich baue jetzt die Kiste jetzt erstmal kurz auf, ich schließe die an, dann machen wir ein bisschen Theorie und ja, los geht's. Raspberry Pi ist angeschlossen, Strom ist dran, Netzwerk ist dran, so wie ich von hier aus sehe, die Dinger booten, los geht's mit der Theorie. Wie immer ein schönes kleines Bildchen, ich glaube die vier Pies konnte man gerade ganz gut erkennen, einmal zur Erklärung. Also die hängen bei mir hier wirklich genauso wie im Bild, einfach nur an einem Switch. Klar, dahinter ist bei mir jetzt eine Fritzbox, die einfach den Raspberry IP-Adressen gegeben hat und ich bin schon mal hingegangen und habe den Raspberry Pi über die Fritzbox feste IP-Adressen zugeteilt. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, schreibt es mal in die Kommentare, dann antworte ich gerne drauf. Ansonsten ist eigentlich ja erstmal egal, welche IP-Adressen die bekommen die Raspberry, aber die sollten eigentlich nachher feste IP-Adressen sein. Ich manage das dadurch, dass ich das in der Fritzbox, den einzelnen Pies sage, bitte diese IP-Adresse behalten. Genau, wir haben vier Pies, kleine Findigkeit oder zwei kleine Findigkeiten, die man hier schon erkennen kann. Zwei der beiden sind als Manager getaggt, das sind nachher aus dem Docker-Swarm-Verbund, die das Sagen haben, sage ich jetzt mal einfach. Und die anderen beiden sind einfach als Worker. Nicht verwundern lassen mit dem Namen Worker, auch die Manager können ganz normal Aufgaben übernehmen und nachher Docker-Container einfach halten. Zweite Auffälligkeit, auf dem Pi-4-Worker habe ich wie so ein kleines Töpfchen einfach hingemalt. Das ist allerdings schon fürs nächste Video, denn wir werden ein Storage-Problem haben. Aber das erkläre ich wirklich erst im nächsten Video, weil dann geht es uns schon ein bisschen tiefer in die ganze Cluster-Materie. Wir gehen jetzt hier hin und installieren unseren Cluster erstmal von Grund auf und damit fangen wir jetzt einfach an. Ich habe dazu ein paar Putty-Fenster vorbereitet. Ich mache die mal nach und nach auf. Ihr seht, ich verbinde mich da jetzt auch wirklich selber drauf. Ich habe die mal farblich gekennzeichnet, damit wir gemeinsam auch ganz gut erkennen können, worüber wir hier reden. Wie gesagt, die sind wirklich alle blank. Ich muss mich da jetzt wirklich einzeln einmal einloggen mit dem Standard Benutzernamen und Passwort Pi und Raspberry. Tue ich jetzt auch erstmal. Und dann können wir die alle nach und nach installieren. Ich gehe natürlich jetzt hin, ich mache mit euch einen zusammen und die anderen drei mache ich jetzt gleich mal eben im Background. Das wäre für das Video einfach zu langweilig. Also, wir gehen hier ans erste Fensterchen. Ich mache es ein bisschen größer, dann könnt ihr auch gut mitlesen. Und wie gesagt, der Pi ist jetzt erstmal blank, neu installiert, wirklich gerade eben per USB-Stick installiert. Und damit fange ich jetzt an. Also wirklich erster Boot. Wir fangen damit an, in dem Ding an, dass wir einfach mal den Namen ändern müssen. Ich meine aber, wir können das sogar über dieses Raspberry-Config machen. Fangen wir damit an. Raspberry-Config mit Sulu starten, sonst wird er euch anmeckern im Endeffekt. Da gehen wir rein. Aus dem ersten Video, aus dieser From Zero to Hero Reihe, haben wir das auch schon gemacht. Machen wir hier aber nochmal, weil ich nicht voraussetzen kann, dass jeder alle Videos guckt. Deswegen gehen wir da einmal rein. Wir fangen auf jeden Fall mit dem Passwort an und setzen auf jeden Fall für den Benutzer Pi einmal ein sicheres Passwort eurer Wahl. Denn wenn der irgendwie nur im Internet stehen sollte, der Raspberry bei euch, warum auch immer, dann ist das Standardpasswort gesetzt Raspberry. Benutzer namens Pi, Passwort ist Raspberry. Dann ist das eher unschön. Setzt also bitte mal ein Passwort. So, und hier kommen wir schon zum Host-Namen, die gerade angekündigt. Ja, wir drücken auf OK. Und jetzt gehen wir wirklich hin und benennen die schon mal so, wie wir sie nachher haben wollen. Denn wir bauen ja ein Cluster. Also RPI 1. Das ist jetzt einfach mein erster Knoten. Und die nächsten heißen dann RPI 2, RPI 3, RPI 4. Ihr könntet auch Node 1, Node 2, Node 3 nennen, wie auch immer. Oder Cluster, Minus, Node 1. Wie auch immer. Ich nehme es jetzt einfach mal als RPI für Raspberry Pi 1. Bestätige ich einfach mit einem OK. Und dann haben wir das auch erledigt. Sonst brauchen wir in diesem Fenster hier nichts mehr. Display-Optionen brauchen wir soweit auch nichts. Interface-Optionen brauchen wir soweit auch nichts. Performance-Optionen. Da können wir bei der GPU-Memory. Steht jetzt 64 drin. Können wir runterschrauben auf 16. In unserem Falle brauchen wir jetzt keine GPU mit massig Megabyte an RAM. Deswegen schraube ich das einfach runter auf 16. Nochmal in die Performance-Optionen. Auf jeden Fall Overlay-File-System. Enable-Ne brauchen wir nicht. Localization können wir gerne tun. Da müssen wir jetzt gleich sozusagen die Sprache auswählen. Hier wähle ich natürlich DE DE UTF 8. Da haben wir es. DE DE UTF 8. Damit sind wir auch vor irgendwelchen Umlauten und sonst was wirklich geschützt. Wählen als Standard DE DE aus. Mache ich ganz gerne hier. Und dann wird jetzt die Sprache installiert. Das dauert ein paar wenige Sekunden. Denn der wird jetzt auch noch die englische Sprache nachinstallieren. Oder auch aktivieren. Das dauert aber auf unseren paar Sekunden. Jetzt kommt die englische Sprache. Fertig. Gucken wir noch mal rein. Sonst brauchen wir nichts. Das können wir wieder rausgehen. Advanced Options. Hier haben wir auf jeden Fall den Punkt des Expand File Systems. Definitiv machen. Damit wird die volle Größe der SD-Karte freigegeben. Und am Anfang ist die partitioniert, dass nur so ein bisschen da ist. Zumindest war es so früher. Und jetzt haben wir halt den Fall, dass wir die komplette SD-Karte in der vollen Größe nutzen können. Bei mir sind es glaube ich alles 32 GB Karten. Damit drücke ich auf Finish. Would you like to reboot? Nein, machen wir jetzt erstmal nicht. Wir gehen jetzt erstmal hin und updaten noch einmal unsere Paketquellen. sudo update. Damit werden unsere Paketquellen einfach mal geupdatet. Und wir erhalten dann auch die Information, ob es für unsere Pakete auf dem Raspberry Pi Updates gibt. Die werden wir dann natürlich jetzt auch direkt danach hinterher installieren. Schon mal als Teaser vorher. Wir werden gleich natürlich bis hin gehen, dass wir schon mal den Portainer vorbereiten. Also dass wir wirklich nachher unseren Cluster laufen haben. Und wirklich dann schon sozusagen sehen können, Alles klar, unsere vier Knoten sind in einem Verbund. Und dann können wir im nächsten Video hingehen und uns das Ganze wirklich anschauen und weiter konfigurieren, so wie wir es brauchen. Gut, wir sehen jetzt hier schon, 44 Pakete können geupdatet werden. Werde ich jetzt auch einfach tun mit einem Upgrade minus Yes, um das nicht mehr zu bestätigen. Entschuldigung, es muss ein sudo davor, sonst wird das Ganze nicht gehen. Das wird jetzt zwei, drei Minuten dauern. Für euch spule ich selbstverständlich wieder vor. Damit sind die Updates auch installiert. Die anderen Pies laufen jetzt gerade schon im Hintergrund und machen da ihre Updates. Wir müssen ja Zeit sparen. Und für euch geht es jetzt erstmal weiter, dass wir auch nochmal den Kernel updaten. Jedes Mal, wenn ihr den neu installiert, den Raspberry Pi, gibt es mit Sicherheit auch neue Kernel-Updates. Beziehungsweise, ja, es sind Kernel-Updates. Das tun wir mit einem API-Update. Auch wieder nicht vergessen, mit sudo API-Update aufzurufen, sonst wird das Ganze nichts werden. Er fängt jetzt ja auch an, Backup-Firmware und so weiter und so fort. Es wird jetzt gleich sein, dass er mich nochmal fragt, willst du das wirklich, dass wir mit einem klaren Yes bestätigen. Und dann wird das Ganze jetzt auch hier laufen, dass wir wieder so zwei, drei Minuten dauern. Haben wir schon kennengelernt, wir sehen uns danach wieder. Das Kernel-Update ist jetzt auch fertig. Auch auf allen drei Knoten, wie ihr hier seht, ist das auch komplett durchgelaufen. Also überall eins zu eins dasselbe. Wir werden jetzt erstmal alle Kisten einmal rebooten und danach uns dem Docker widmen. So, einfach einfügen, einfach einfügen, gibt viele Fehlermeldungen, blam, 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 blam. SSH fällt aus, aber die ganzen Kisten müssen jetzt erst einmal rebooten. Gehen wir schon mal zur Dokumentation. Das kennen wir. Wir müssen jetzt gleich als allererstes auf allen Knoten ganz einfach wieder Raw, Plain, Docker installieren. Bevor wir jetzt dann aus denen auch gleich ziemlich einfach, auch da gibt es selbstverständlich eine Anleitung zu, ein Cluster bilden, damit die ganzen Docker-Container miteinander quatschen können. Aber erstmal sehen wir zu, dass die Kisten jetzt alle hier rebooten. Rebooten. Ich gucke mal, wie weit die sind. Ich mache mal einen Restart. Der ist schon wieder da und melde mich an. Nicht vergessen, ich habe das Passwort geändert für den Account und dann geht's. Das machen wir jetzt hier. Wir holen uns jetzt mittels CURL, wenn CURL auf den Kisten installiert ist. Und wir machen auch ein Abschießen. Hat er getan. Gucken wir einmal nach. LS-L. Die Datei ist da und nächster Befehl ist ein sudo sh-get-docker. Damit wird ganz normal jetzt Docker auf dem System dann installiert. Das müssen wir natürlich, ich kopiere mir jetzt direkt einmal alles, wenn das geht, auf allen Knoten natürlich tun. Ach, wir müssen uns wieder einloggen. Start. Pi. Euer soeben geändertes Passwort. Einfügen und installieren. Und auf dem nächsten Knoten. Ja, das hat eine Cluster-Nummer an sich. Man muss alles doppelt gemoppelt und zehnfach machen. Dafür gibt es natürlich heutzutage zum Beispiel Ansible, um das Ganze zu verautomatisieren. Damit ich das, was ich jetzt hier per Hand mache, nicht per Hand machen müsste, sondern ganz einfach über Ansible gesteuert, könnte man das Ganze komplett automatisieren. So, ich logge mich wieder ein. Das ist der vierte und letzte Knoten. Ups, jetzt wollte ich mich hier per Root anmelden. Das geht natürlich nicht. Dafür muss ich das Fenster schließen. Pi. Einloggen. Und auch hier wird jetzt Docker installiert. Gucken wir mal am ersten Fenster. Ja, da ist er noch dabei. Upget install. No install recommends docker.ce. Die Installation von Docker läuft also noch. Trotz alledem müssen wir das jetzt mal eben abwarten und dann geht es weiter. Damit ist Docker auch installiert. Auch wieder. Ich zeige es euch. Hier meine drei Knoten im Hintergrund habe ich jetzt auch mit Docker betankt. Es gibt jetzt den letzten Step, um die normale Installation für Docker abzuschließen. Der Benutzer Pi muss in die Gruppe Docker rein, damit hier nicht alles per Root läuft. Das machen wir auch. Wir müssen natürlich wie immer ein Sudo vorne vorhängen. Befehle wie immer auf meiner Webpage zu finden. Natürlich. Fügen wir mal ein. Und dann haben wir es. Und dann können wir uns endlich um unseren Cluster bemühen. So, ich gehe zur Dokumentation vom Cluster Swarm. Und jetzt müsst ihr einmal ein bisschen zuhören. Da erkläre ich noch einmal was. Kompliziert ist das nicht, aber man muss es einmal verstanden haben. Um den Docker Cluster zu initialisieren, gibt es einfach eine Befehlsteile. Heißt Docker Swarm Init. Advertise Address ist die Manager IP. Also einmal zu meinem Bildchen zurück. Wir haben ja gesagt, wir fangen jetzt hier oben auch mit dem API 1 an. Und der soll Manager sein. Also der Manager, der sozusagen den Cluster überwacht. Deswegen habe ich auch zwei Manager. Zwei Manager einfach nur, damit es eine zweite Instanz gibt, die mit überwacht, falls der erste Manager ganz einfach ausfällt. Das schon mal zur Erklärung. Denn, wenn wir das hier tun, das hier unten ist ja als Beispiel angegeben. Docker Swarm Init. Advertise Address. Da muss dann meine IP-Adresse einfach vom ersten Manager hin. Entschuldigung. Bekommen wir auch eine Befehlsteile zurückgeliefert, wie wir normale Worker-Knoten hinzufügen. Aber hier unten drunter steht Docker Swarm Join Token Manager. Gibt uns die Instruktionen, wie wir einen weiteren Manager hinzufügen. Also, wir fangen ganz von vorne an. Wir nehmen uns jetzt hier Knoten 1 und kreieren erst einfach mal den Cluster. Befehlsteile war klar. Docker Swarm Init. Advertise Manager IP. Kopiere ich mir einfach mal raus. Macht das auf. Für euch mache ich selbstverständlich ein Clear. Fügt das ein. Im Endeffekt muss ich jetzt hier wirklich nur die IP-Adresse von meinem Knoten 1 eintragen. Also, das ist ja hier mein Knoten 1. Der hat die IP-Adresse in meinem Netz hier gerade 192, 168, 0, 120. Und sage einfach nur Docker Swarm Init. Und schieß das Ganze ab. Natürlich, wie immer, ich vergesse immer wieder, wir müssen das Ganze mit Sudo machen. Jetzt wird nichts anderes gemacht, dass dieser Cluster kreiert wird. Ihr habt gesehen, es ging rasend schnell. Und wir hier sogar eine Adresszeile, eine fertige zum Kopieren bekommen haben, um Worker Knoten, also nochmal zurück zum Bild, um diese Worker Knoten hinzuzufügen. Wir fangen jetzt aber erstmal an, dass wir den zweiten Knoten, nochmal zurück zum Bild, diesen Knoten als Manager hinzufügen. Also, dafür gibt er uns hier vor. Wir machen ein Docker Swarm Joint Token Manager. Einfach mal kopieren. Wie immer, wie immer, Sudo vorneweg einfügen. Und jetzt bekommen wir auch direkt die Adresszeile mitgeteilt, was wir auf unserem zweiten Knoten, der Manager sein soll, einfügen müssen. Auch da wieder jetzt total einfach. Einfach kopieren. Auf den zweiten Knoten gehen. Wie immer, ein Sudo einfügen. Docker Swarm Join. Dann gibt es einen besonderen Token. Und dann steht hier wieder die IP-Adresse von dem Cluster, beziehungsweise von dem Knoten 1, den wir bereits eingerichtet haben, wohin er sich verbinden soll. Einfach abschießen und damit verbindet sich jetzt der zweite Knoten als Manager. Und hier steht es auch, Sysnode Joint as Swarm as Manager in den Cluster rein. Gehen wir zurück zum Knoten 1. Da haben wir ja noch die Adresszeile, beziehungsweise die Befehlszeile, um Worker Knoten hinzuzufügen. Damit gehen wir jetzt auf Knoten 3 und 4 und fügen die als Worker Knoten hinzu. Also ein Sudo Befehl einfügen und einfach abschicken. Sysnode Joint as Swarm as Worker. Und hier dasselbe. Sudo Dockerswarm Join. Einfach abschicken. Und damit sind wir jetzt als Worker drin. Jetzt muss ich überlegen, jetzt machen wir mal ein Sudo Docker Swarm. Wir gucken uns mal die Befehle an und sagen jetzt hier mal ein... So, jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt und habe den Befehl gesucht, obwohl der ganz einfach ist. Um uns jetzt das Ganze mal anzeigen zu lassen, wer ist denn jetzt überhaupt was, geben wir einfach ein Docker Node LS. Und damit bekommen wir jetzt unsere ganzen Knoten aus dem Swarm-Verbund angezeigt. Auch hier jetzt API 1 ist der Leader API 2. Deswegen steht hier oben drüber auch Manager Status, steht auf Reachable und die anderen beiden sind ganz normale Worker Knoten. Genauso wie wir es hier in dem Bildchen geplant haben. So, jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch wieder wie aus den vorherigen Videos ordentlich und schön managebar machen mittels Portainer. Und auch das ist eigentlich ziemlich, ziemlich einfach. Gibt es wieder eine Anleitung zu von Portainer an sich selber. Befehlsteile kopieren. Das ist einfach nur, da wird jetzt ein Docker Stack heruntergeladen als YAML-File. Gucken wir uns jetzt gemeinsam an, was da drin steht. Die Datei wird einfach heruntergeladen. Heißt in dem Falle Portainer Agent Stack. Nano Portainer Agent Stack. Also, ein Stack ist in dem Falle ein zusammengeführter, ja, sagen wir mal, Durchlauf, was Docker alles tun soll und was für Services er gleichzeitig irgendwie starten soll. Und da gehen wir jetzt einmal kurz durch. Das ist jetzt schon wirklich ein bisschen Raketenwissenschaft, aber ich muss euch zumindest ein bisschen was erklären, was er hier tut. Ich fange mal nicht mit oben an, sondern ich fange mal mit diesem Bereich hier an. Dieser Bereich besagt einfach nur dem Docker Stack. Ihr müsst euch euch ja jetzt wie so ein schönes Töpfchen vorstellen, wo mehrere Sachen drin sind. In dem Falle sind es zwei Sachen. Der erste Part hier heißt einfach nur Portainer. Da wird diese Portainer-Oberfläche ausgerollt. Und was wird dort getan? Es werden wieder Ports geöffnet. Habt ihr alles schon in den vorherigen Videos kennengelernt? Es wird ein Volume angelegt, wo Daten von dem Portainer drin liegen. Es wird ein Netzwerk erstellt namens Agenten-Netzwerk von dem Portainer. Und hier unten steht noch was ganz Wichtiges. Mode Replicated Replicas 1. Also das Ganze steht zwar auf Replicated, aber das Ganze wird nur einmal gestartet. Und das ist diese Web-Oberfläche von Portainer. Und Constraints Manager heißt, dieser Portainer-Web-Oberfläche darf nur auf einem Manager-Knoten gestartet werden. Das bedeutet das einfach nur. Das ist die Befehlsteile. Bitte starte mir Portainer auf einem Manager-Knoten. Einmal. Der hört auch wieder auf die entsprechenden Ports. Der Part hier oben mit Agent. Und jetzt kommen wir bei den alten Videos, die hier vorliefen, wo es kein Cluster war, konnten wir Portainer direkt installieren. Und der Portainer hat auch direkt auf unseren Knoten zugegriffen. Jetzt haben wir aber den Fall, einmal kurz zum Bildchen. Wir haben einen Knoten, wo Portainer draufläuft. Und auf allen anderen Knoten läuft lediglich ein Agent, der die Daten abgreift von den Knoten und das zentral zum Portainer losschickt. Keine Sorge, hört sich kompliziert an. Diese Datei macht das für uns jetzt gleich einfach automatisiert. Das Besondere hierbei ist, mit dem Deploy Mode Global und dann auf Plattformen, OS, Linux, wie auch immer, dann sagt er einfach hier auf, bestarte bitte auf jedem meiner Knoten, Mode Global, diesen Agenten. Also wir haben jetzt gleich nicht viel zu tun. Ganz nach unten steht noch mal drin, dass er dieses Netzwerk, Agentennetzwerk als Overlay-Netzwerk, also überlagert über alle Knoten, anlegen soll. Das einmal zur Kurzerklärung von dieser einzelnen Datei. Die haben wir ja gerade einfach hier heruntergeladen von der ganz normalen Portainer-Seite und das Ganze werden wir jetzt mit Docker-Stack, ne, Docker-Stack schreibt das jetzt, ist ja ein Stack. Wir haben Agenten, wir haben den Portainer, wir haben ein Netzwerk definiert, das ist ein Docker-Stack. Werden wir jetzt mit Docker-Stack deployen, danach kommt einfach das YAML-File mit dem Namen Portainer. Mehr brauchen wir dabei auch nicht tun. Und dann geht er jetzt wirklich im Hintergrund los und wird das Ganze jetzt, ich muss wieder ein Sudo anfügen, sonst geht es wahrscheinlich nichts, ganz normal deployen. Ihr seht, als allererstes hat er jetzt Network-Portainer-Agent-Netzwerk deployed, dann hat er den Service und das ist jetzt der Clou dabei, Service-Portainer-Agent ausgerollt und den Service, der Service beinhaltet Container, den Portainer-Portainer heißt er hier in dem Fall, das ist unsere Web-GUI, die wir erreichen wollen. Jetzt hatte ich gerade wieder den Befehl gesucht, obwohl der total einfach ist. Wir müssen jetzt eingeben, also nach dem Starten, da habe ich jetzt gerade eben ja hier abgesetzt gehabt, Docker-Stack-Deploy, das dauert dann so eine Minute, weil der muss natürlich den Container runterladen und, und, und. Und dann kann man sich das Ganze anzeigen lassen mit einem Docker, jetzt habe ich es wieder verloren, Docker-Service-LS, weil es sind ja Services. Und hier sehen wir jetzt wirklich, der Portainer-Agent ist auf vier Knoten ausgerollt worden und der Portainer-Portainer ist auf einem Knoten ausgerollt. Und da sehen wir auch, Port 8000 und Port 9000 sind ganz normal geöffnet, das heißt, über die Browser-Oberfläche müsste ich jetzt unseren Portainer-Service ganz normal erreichen. Also, IP-Adresse von unserem ersten Knoten ist bei mir die 120 mit dem Port 9000 und wir sehen, ich komme auf eine Portainer-Umgebung, wo er mich jetzt schon fragt, ah, Initial-Passwort, alles klar, ich vergebe mein Initial-Passwort für diese Umgebung, Create User. Ja, damit bin ich eingeloggt und ihr merkt jetzt schon, das Ganze hat sich gerade eben komplett automatisiert und beim letzten Mal, im ersten Video, hat er uns sogar noch gefragt, hör mal, was bist du eigentlich? Bist du Kubernetes? Bist du ein Single-Node oder was auch immer? Dieses Mal hat er von sich aus selber erkannt, er ist ein Docker-Swarm-Cluster. Das ist auch schon sehr schön zu erkennen, hier auf der linken Seite, dass es jetzt den Begriff Swarm hier gibt und hier seht ihr jetzt auch API Manager, API 1 ist Manager, API 2 ist Manager, API 3 und 4 ist ein Worker-Knoten. Ihr habt die schön im Überblick mit IP-Adressen und so weiter und so fort, alles funktioniert. Hier möchte ich jetzt das Video auch unterbrechen, denn danach, im nächsten Video, gehen wir jetzt zum Feinkonzeption, zum drüber nachdenken, wie betreibe ich den Cluster. Jetzt haben wir erstmal wirklich nur den Cluster installiert, er funktioniert jetzt auch, er ist wirklich gerade und sauber. Trotzdem, ab jetzt wird es für den Cluster ein bisschen komplizierter, weil jetzt muss man sich natürlich darüber die Gedanken machen, wohin verlagere ich meine Daten überhaupt. Man könnte jetzt ohne Probleme Container ganz normal starten und die auch auf den Knoten auslagern, wie man das im Endeffekt möchte, sogar replizieren und so weiter und so fort. Aber darüber unterhalten wir uns im nächsten Video, das war jetzt erstmal die Installation. Wir sehen uns also im nächsten Video, bitte bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao!